ich erfasse in der nähe einen tresor wir könnten seinen inhalt nutzen sofern sie die die triche bei sich haben und es mit persönlichen besitz nicht so eng sehen nun ja wo hast du den tresor dann erfasst ich habe es da so mit persönlichen besitzen hier okay dann dann machen wir das dass wir schon mal hatten ja 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 Äh? Habt euch das denn gedacht? Aber... Äh? 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 Das hat leider nicht funktioniert. Das war's gleich mit den Dietrichen. Hat mir gerade ein bisschen verarscht vor. Ja. Ja. Ich würde das gerne machen, aber es geht nicht. Das ist Notfallslade. Okay. Hm. Ähm. Warte mal. Ach so. Nach oben. Ich kann sagen, geht's jetzt weiter. Ähm. episches item also merke auf vom schloss knacken speichern probieren notfalls laden so wie in elex und in gothic so neuer versuch zwei dietriche nicht reichen oder gut gerade so hitman eon epische pistole das ist sehr geil ja die ist nicht so aber so dass die sind alle von der feuerrad und so schlechter wenn die ist episch so schuss und so naja wer hat noch eon ne nicht eon episch wer hat noch einen epischen gegenstand was war denn das ok ich hab neben der knarre doch noch was anderes episches bekommen ach hier unten verkrüppeln modifizierte grendel ja dann so ich sollte die vielleicht mal auf favorit legen ne eh nein controls die mich verwirren sind verwirrend so warte 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 doch ich lege dich mal auf favoriten und zwar auf die 2 und dann ab nach oben schröre 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 so scheinbar schröre schröre fröhre schröre schröre tageslicht ach Entdeckt? Ja. Ich bin von der Constellation. Aber unser Schiff... Die Angriffe auf unser Schiff musste aufhören. Ja, genau. Ich habe Barrett getötet. Sag deinem Piratenfreund. Sie sollen Leine ziehen, eingreifen. Genug geredet. Was habt ihr für ein Problem mit Barrett? Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff. Die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Hm. Oh nein. Vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Wie viel Platz ist denn im Ding doch gar nicht? Überzeugen, auf dem Schiff gibt es keinen Schatz. Was will denn, bevor die Leute verletzt werden? Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du auch Schmeicheleien ablenken oder sogar Bedrohungen wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du. Aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheiterst du jedoch nie, wenn deine... Moment. Du hast eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheiterst du jedoch nie, wenn deine Letzt erfolgreich war. Ihr irrt euch. Die Constellation ist Entdecker-Trope. Das ist kein Schatzjäger. Als du das Schiff tauschen willst, nur zu die Frontier, gibt bald den Geist auf. Ich habe gerade deine gesamte Crew erledigt. Viel Glück. Neh, nehmen wir das hier mal. Darauf falle ich nicht rein. Das Schiff ist voll und wir wollen es. Ja. Du bist an ein paar Neulingen vorbei. Und? Sind sie nicht? Sicher? Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab. Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir ohne Behinderung durch die Prinzenfliet zum Hauptquartier dir... Cool. Ab zum Schiff. Das ist ja natürlich nice. Dann haben wir das jetzt friedlich gelöst. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jameson im Alpha-Zentauri-System springen und in der Stadt New Adventist landen. Keine Sorge. Ja. Bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Können wir machen. Ich wollte eigentlich noch erkunden. Nein! Da schreien jetzt einige. Ich hatte gedacht, ich kann den Rest des Planeten noch scannen, aber... Mal gucken. Wie ist denn das? Kann gerade... Achso, jetzt kann ich rotieren. Okay. Die Sonne. Oh, man sieht das Gravitationsfeld. Das ist cool. Ja, nee, komm. Hier waren wir. Der Rest ist mir egal. Ich zeige die Ressourcen nochmal. Wo müssten wir denn theoretisch hin? Lass uns mal nochmal gucken. Ich will nochmal, ob ich... Mal ganz kurz. Habe ich hier nochmal... So ein, zwei Sachen. Ach, er nur wieder. Alter. Ich will mal schauen. Ihr seid neue? Durch die Schnellreise, ne? Scanning. Nee, der ist tot. Den habe ich gescannt. Hui! Vielleicht ein neuer Spawn. Ich weiß es nicht. Okay, der zählt nicht, weil den haben wir tatsächlich gescannt. Also das andere war dann neue. Eisen. Blei. Eisen. Ich kann da... Ich kann da hinreisen? Ach, das ist... Das ist das Ding, wo wir schon waren, oder? Ich muss mal gucken. Nee. Ach, na klar. Mit dem Schee... What is that denn? Unbekannt. Okay. Ähm. Aber interessant, dass ich hier hinreisen konnte, obwohl ich hier eigentlich augenscheinlich noch nicht war. Das ist interessant. Achso. Hi. Da ist er wieder. Ähm. Hier ist der Sauerstoff ausgegangen. Weitere Anstrengungen erhöhen dann. Okay. Da habe ich schon wieder genug. Oder zu viel in dem Fall. Nein. Oh, wir haben glaube ich noch einen Skillpunkt, ne? Nee. Habe ich schon ausgegeben. Lange Aufstieg. Nö. Geht nur nicht. Weil wahrscheinlich auch keine Punkte. Okay. Das ist mein Marker. Frostrohr. Na du altes Frostrohr. Eisen. Das ist aber kein Eisen, oder? Das ist Wasser. Argon. Eine Ressource fehlt noch. Das ist soda. Argon Verschen Argon Wasser ging auch nicht jetzt noch Ja, das war's. Ja, das war's. Okay, ich mach wieder auf. Okay, ich mach wieder auf. Moment. 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 Meinst du? Sehe ich anders. Ciao. Das Spiel lügt mich an. Verlassene Forschungsstation. Oder verlassener Forschungsturm. Verlassene sieht anders aus. Na ja, ich guck mal. Wie schwer der Fehler war. Guck mal, so welchen Level die Leute haben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mhm. Level 8. Was ist er denn? Was ist er denn? Was ist er denn? Was ist er denn? Wo bist du hin, verdammt? Keine Ahnung. Den suchst du? Meine Granaten sind alle. Finde ich schlecht. Du hast es der Rückzug. Lass! Gut. Oh, die sind die gleichen Muni. Das ist schlecht. Oh, was ist er denn? Hm. Mein Gesicht ist getroffen. Du hast doch einen Helm auf. Du hast doch einen. Was ist er denn? Du hast doch einen Helm auf. Was ist er denn? Was ist er denn? Oben? Hinten? Ja, hinten. So, da ist ein... Was gibt's denn feines Krieg? Was denn sonst? Au! Das war nicht so schlau. Ich hatte eine Granate. Das war eine Granate? Oder was war das? Das... Oh Gott! Mir reicht's jetzt! So, macht einen Stress hier, ne? Ich wollte mich doch nur umgucken und da steht was von verlassen dran, ne? Entschuldigung! Entschuldigung! Ich kann nicht mehr reden. Ich eliminiere dich gleich. Gibt mir jemand Deckung? Ich frag' meinen Freund. Geheimer Außenposten. Okay. Wo bin ich denn hier reingestolpert, Mann? Warte mal, kann ich da eigentlich? Ja, mit der Rückzug! Oh! Das vertrage ich schon! Geht mir mit ihr Deckhaus! Da! Da! Ja, ich würd' mich gern zu... Au! Rückziehen! Das lässt bloß keiner! Ihr Kollege macht mir zu viel Stress! Das ist alles! Oh Gott! War das grad ne Eisgranate? Hab ich das richtig gesehen? Mami! Ich würde aber die Tür hier gerne zu machen, das geht anscheinend nicht. Oh! Komm mal runter da! Spiegelverderber. Ja, 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 ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, hast du es eh gleich hinter dir. Danke. So. Junge, Junge, Junge. Was ist das jetzt? Router, okay. Da würde ich ja gerne mal rauf und so, aber... Hä? Du bist doch am Arsch der Welt und ich sehe dich nicht. Tür öffnen. Das ist offen. Den Alarm hier irgendwo ausstellen? Was war das? Ich höre! Nichts! Das war der Deckung! Oh Gott! Ich drücke vor! Feuer! Echt? Das ist aber nur gute Nase. Feuer! Feuer! Wo? Wir ziehen uns zurück! Ich mochte dich sowieso nicht! Sehr schön! Das war schlau! Echt? Hat die Tür abgeschlossen? woher? Ich versuche die Tür. Und also, die Tür. Und dann... Das war das. Und dann, wenn die Tür dann gleich noch. Und dann? Woher geht's das noch. Und dann? Die Tür. Und dann? Und dann? ja auch Aber krass, dass der Gegner sich einfach mal eingeschlossen hat, um mich zu verrecken, ne? Das muss man ja mal sagen. So, dieser Alarm, ne? Ach Gott, ey. Cafeteria, äh, ne. Gut, dann lasst uns mal raus aus dem Laden. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen scannen und zumindest ein, zwei Sachen hier noch abschließen, aber hier ist ja wieder Halligalli pur, ne? Schleuse. Scheiße, was? Das war dein letzter Fehler. Wir müssen Alarm schlagen. Nein, 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 nein. Ach. Falsch. Da geht der Alarm, ja. Da geht der Alarm wieder los. Oh Gott. Da geht der Alarm wieder los. Vielen Dank.